Herzlich Willkommen bei Lottie und Tour für den Feuervogel mit Moni und Jörg. Hallo. Hallo. Ja, es ist wieder Mittwoch und das heißt Lottie-Zeit. Heute mit dem Video Jörgs Überraschung. Weiteres nach dem Intro. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Ja, schön. Ja, Jörgs Überraschung, das war vor einigen Wochen, haben wir das mal so anklingen lassen, dass wir da ein Video drüber zeigen wollen. Jetzt ist es endlich soweit. Ich fange mal ganz vorne an. Es ging darum, wir haben irgendwann mal bei Natur oder ich weiß nicht, was wir gemacht haben. Auf jeden Fall haben wir abends hier unten fern geschaut, ganz normal. an unserem Fernseher, was hier unten steht, von der Essecke aus. Und dann sind wir schlafen gegangen und dann habe ich oben gelegen und dann habe ich gedacht, Mensch, es wäre ja auch schön, wenn man oben jetzt im Schlafbereich... So quasi wie im Schlafzimmer zu Hause oder so. Genau, auch im Fernseher hätte. Bei einem, weiß ich nicht, Regentag oder einfach mal Faulenzen oben schön gemütlich mit einem Gläschen Wein oder auch Wasser, ist ja egal. Ein bisschen fern. Und Jörg hat das irgendwie, hat er gar nicht so darauf reagiert. Und das war ja auch einfach nur so eine, ja, so eine Idee oder so ein geheimer Wunsch von mir. Und dann ist wieder Zeit vergangen. Und dann musste unsere Lotti ja in die Werkstatt, zu Alarmanlagen einbauen und Schlösser, genau. Und zur Inspektion, da war sie halt eine Woche weg. Ja, und da hat Jörg dann wohl auch veranlasst, dass so eine Vorrichtung für dieses Fernsehen, was ich mir ja insgeheim gewünscht habe... Ja, eine Splitte am Fernseher. Ja, eine Splitte hat er einbauen lassen. Und hat mir davon natürlich nichts erzählt. Und dann, ein paar Tage später, hat er dann gesagt, so jetzt können wir uns eigentlich mal um das Fernsehen bemühen. Da hab ich gedacht, hm. Ja, das war doch so dein, ne? Ich hab das schon mitgekriegt, das hast du dir ja irgendwo insgeheim gewünscht. Und jetzt können wir doch mal gucken. Ja, und so hat das alles angefangen. Und jetzt ist unser Fernseher auch wirklich da. Er ist doch nicht eingebaut. Ne, ich hab gedacht, ne, so Mädels. Mädels haben gedacht, okay, der Fernseher ist da. Der kommt jetzt da oben an die Wand, wo wir ihn gerne hätten. Und gut ist. Aber ist halt nicht so. Aber wie das jetzt alles so funktioniert und was man dafür benötigt, das musst du jetzt erzählen. Ja, ich habe ein bisschen Angst vor dieser Aufgabe. Den Fernseher anzubauen, aber schaffst du. Der 12-Volt-Anschluss dient dann quasi als Stromquelle. Von da aus bohre ich einmal durch die Decke des Schranks und komme quasi hier oben aus. Ja, über den Schrank und von da aus durch diese obere Schrankwand hier. Wenn alles glatt läuft, komme ich hier oben irgendwie mal im Kleiderschrank aus. Wenn alles gut geht, komme ich hier mit meinem Kabel aus. Führe das Kabel hinter dieser Leiste. Und wenn alles gut geht, wird das Fernsehen an dieser Wand aufgehangen. Ja, und so sieht das dann aus, wenn Muni hier liegt. Ein bisschen Kissen hoch und schön bequem. Und dann, ja, dann schaue ich mir den Berg doch mal an. Also, das ist doch gar nicht viel, oder? Das war doch jetzt... Naja, es ist in der Theorie wirklich nicht viel. In der Praxis wird es wahrscheinlich wieder eine Menge Fummelkram werden. Ach ja. Und das fertige Produkt, wenn es denn da hängt, das zeigen wir euch natürlich im nächsten Video oder vielleicht auch im übernächsten Video. Im nächsten Video. Wir zeigen es euch irgendwann mal 2021. Genau. Und was man jetzt dafür alles benötigt, liebe Monika, das zeige ich dir jetzt. Ist ja gar nicht viel. Genau. Also, zum einen habe ich dir den Fernseher besorgt. Einen speziellen 12-Volt-Fernseher. Da ist er. Mein Bett hoch voll. Mit dem herumdrehen. Dafür gibt es eine spezielle Wandhalterung. Da werde ich das hier oben noch ein bisschen einkürzen. Dann kann man das so ausfahren. Funktioniert. Habe ich ausprobiert. Der spezielle 12-Volt-Fernseher. Damit uns das Ding nicht runterkommt, habe ich ein, wie nennt sich das, baugleich, motivgleiches Brett. Ich hatte noch was im Altbestand von meinen Umbauarbeiten. Wie das natürlich passt. Damit auch alles schön passt. Damit das Brett auch komplett fettfrei ist. Und sauber ist und Schrankwand, habe ich einen Bremsenreiniger besorgt. Damit man damit auch das Brett vernünftig einschmieren kann. Also reinigen kann. und ich sage schnell reinigen kann und auch die Rückwand reinigen kann. Damit dieses Brett auch hält an der Wand, habe ich einen super starken Kraftkleber besorgt. Unglaubliches Teil. Dieser wird dann unterstützt von ein paar Schrauben. Also spezielle Holzschrauben, die das Gewicht dann auch halten. Dann, wenn alles liegt, muss das Antennenkabel verlegt werden. Ein extra langes Antennenkabel, dann brauchen wir doch irgendwann mal Strom. Bei so einem Fernseher ist ja nur ein 2 Meter Stromkabel dabei. 12 Volt Stromkabel. Hier, 12 Volt Stecker. Aber unser Freund Christian, der war so gut und hat ein Verlängerungskabel dran gebaut. Der ist Elektrotechniker. Ich bin ja für solche Sachen nicht geeignet. Dann kommt das Teil in den Fernseher. Und das kommt in den Zigarettenanzünder oben in der 12 Volt Steckdose. Und dann muss das einmal nur verlegt werden. Ja, einfach, oder? Genau. Einfach nur mal verlegt. Dann haben wir noch so Antennenstecker, Adapter, damit eben das auch in einem rechten Winkel geht. Und nicht, wenn wir alles verlegt haben, habe ich zu engen Abstand an der Wand. Und als guten Schluss haben wir uns noch einen Firestick dazugeholt von Allison. Damit man es auch als Smart-TV nutzen kann. Also, ich gehe jetzt an dieser Seite hier. Ist das Körbchen leer? Das Körbchen ist leer. Das Körbchen ist leer. Das Körbchen ist leer, ja. Also, ihr seht, ein bisschen Vorbereitung nur, um Monis Wunsch zu erfüllen. Und ich habe schon sehr großen Respekt vor dieser Aufgabe. Weil, wenn die Schräubchen zu lang sind, das muss man natürlich vorher alles immer gut ausmessen. Sind die Schräubchen aber zu lang, dann geht das ab ins Badezimmer, direkt in die Duschkabine. Und dann... Wollen wir jetzt gar nicht hören. Dann wird es wirklich gefährlich. Also, ich glaube, es wird eine spannende Aufgabe. Oder wäre ich auch bestimmt mehr als einen Tag verbrauchen. Ja. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Wir dürfen ja immer noch nicht weg. Von daher hast du auch keine Langeweile. Wollen wir uns noch ganz kurz... Ganz kurz möchte ich mich noch bedanken. Es hat tatsächlich jemand 50 Euro dem Feuervogel gespendet. Und vielen Dank nochmal an den edlen Spender. Das finden wir ganz große Klasse. Und... Kommen natürlich den Kindern sehr zugute. Ja, direkt. Ich weiß nicht, vielleicht kaufen sie davon ein Spiel oder... Ja. Ist auch egal. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank dafür. War super klasse. Ganz toll. Der Feuervogel bedankt sich. Eine Sache wollte ich auch nochmal nachreichen. Es haben viele geschrieben, tolle Alarmanlage und Schlösser sind auch ganz toll. Nur das mit den vielen Schlüsseln. Das wäre ein bisschen nervig. Ich habe mich da mal auf die Suche begeben. Und zwar ist es tatsächlich so, dass beide Fahrerschlösser kompatibel sind mit dem Aufbauschloss von der Türe hier und mit den Garagenschlössern. Das heißt also, ich habe letzten Endes nur zwei Schlüssel. Einmal von der Garagentür. Dann habe ich da GT eingraviert, Garagentür. Und einmal habe ich auf dem Schlüssel AAT eingraviert, Aufbautüre. Somit ist dann die Anzahl der Schlüssel um circa 200% geschrumpft. Ja. Und dann ist das auch wieder erträglich. Und ansonsten muss ich sagen, funktioniert bis jetzt einwandfrei. Keine Fehlalarme. Wir müssen nur immer daran denken, wenn wir hier rein wollen, dass wir vorher erst einmal die Fahrradtüre öffnen, damit die... Ja, sonst wird es sehr laut. Die Zentralverriegung muss einmal mitbekommen, oder die Türverriegung einmal mitbekommen, dass die Beifahrertüre geöffnet wurde und dann verschließt er sich nicht automatisch wieder. So, ich würde sagen, das war es. Kurzes Video. Technisches Video. So kann es gehen, wenn man jemandem einen Wunsch erfüllen möchte. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Daumen hoch, abonniert unseren Kanal und dann sehen wir uns nächste Woche Mittwoch wieder bei Lotte & Tour für den Feuervogel mit Muni und Jörg. Bis dann. Tschüss. Tschüss.